Der Landkreis Willingen war ein Landkreis in Baden-Württemberg, der im Zuge der Kreisreform am 1. Januar 1973 aufgelöst wurde. Im letzten Jahr seines Beste Hins hieß er Landkreis Willingen-Schwenningen und ging danach im Wesentlichen im Schwarzwald-Barkreis auf. Geografie Lage der Landkreis Willingen lag im Südwesten Baden-Württembergs. Geografisch hatte der Landkreis Willingen fast ausschließlich Anteil am Schwarzwald. Das südliche Kreisgebiet zählte zur Landschaft Bad. Die Kreisstadt Willingen im Schwarzwald lag im Süden des Kreisgebiets. Nachbarkreise Seine Nachbarkreise waren 1971 im Uhrzeigersinn beginnend im Norden Wolffach, Rottweil, Tuttlingen, Donau-Eschingen und Emmendingen. Geschichte Das Gebiet des späteren Landkreises Willingen gehörte vor 1800 zu verschiedenen Herrschaften, darunter zu Vorderösterreich und zum Fürstentum Fürstenberg. 1803 kam das Gebiet an Baden, das zunächst mehrere Ämter, darunter die Ämter bzw. Bezirksamter Willingen und Trieberg bildete, die sich im Laufe der Geschichte mehrmals veränderten. 1832 gehörte das Amt Trieberg zum Obereinkreis, das Amt Willingen zum Siegkreis. Ab 1864 gehörten beide Bezirksamter zum Landeskommissär Bezirk Konstanz. 1924 wurde das Bezirksamt Trieberg aufgelöst und einige Gemeinden kamen zum Bezirksamt Willingen. 1936 kamen weitere Gemeinden zum Bezirksamt Willingen und 1939 erhielt dieses die Bezeichnung Landkreis Willingen. Nach der Bildung des Landes Baden-Württemberg 1952 gehörte der Landkreis Willingen zum Regierungsbezirk Südbaden. Durch die Gemeindereform veränderte sich das Kreisgebiet ab 1970 mehrmals. Am 1. September 1971 wurden die Gemeinden Wiesingen, Oberbaldingen und Oefingen, am 1. Januar 1972 die Gemeinden Hochemmingen und Sundhausen und am 1. April 1972 die Gemeinde Unterbaldingen in die Stadt Bad Dürrheim, eingegliedert und wechselten damit vom Landkreis Donau-Eschingen in den Landkreis Willingen. Am 1. Januar 1972 wurde die Kreisstadt Willingen mit der Stadt Schwenningen am Neckar, die dem Landkreis Rottweil angehört hatte, zur neuen Stadt Willingen-Schwenningen vereinigt. Zu diesem Anlass wurde der Kreis in Landkreis Willingen-Schwenningen umbenannt. Am 1. April 1972 wurde in die neue Stadt noch die Gemeinde Tannheim, Landkreis Donau-Eschingen, eingegliedert. Mit Wirkung vom 1. Januar 1973 wurde der Landkreis Willingen-Schwenningen aufgelöst. Seine Gemeinden gingen überwiegend im neu gebildeten Schwarzwald-Barkreis, auf der damit Rechtsnachfolger des Landkreises Willingen wurde. Eine Gemeinde wurde dem vergrößerten Landkreis Rottweil angegliedert. Einwohnerentwicklung Alle Einwohnerzahlen sind Volkszählungsergebnisse. Politik Landrat Die Oberamtmänner bzw. Landräte des Bezirksamts bzw. Landkreises Willingen 1807-1972, 1807-1809, Philipp von Jagemann, 1810-1819, Georg Gessler, 1820-1826, Serafin Magon, 1826-1834, Franz Teufel, 1834, Sebastian Petzold, 1835-1849, Karl Blattmann, 1849-1853, Dominik Herterich, 1853-1865, Xaver Weiß, 1865-1866, Wilhelm Heinrich Lang, 1866-1871, Karl Heinrich Bader, 1871-1872, Adolf Fuchs, 1872-1876, Karl Siegel, 1876, Alexander Pfisterer, 1876-1882, Berthold Hatz, 1882-1890, Wilhelm Hape, 1890-1895, Julius Otto, 1895-1899, Ernst Bär, 1899-1902, Emil Bitzel, 1902-1905, Heinrich Krohn, 1905-1908, Gustav Arnold, 1908-1924, Adolf Bauer, 1924-1932, Friedrich Wenz, 1932-1945, Helmut Müller, 1945-1947, Karl Paulbin Zeissler, 1947-1948, Ottmar Diele, 1948-1972, Josef Astfeller, Wappen, Das Wappen des Landkreises Willingen zeigte in von Silber- und Blaugespaltenem Schild vorne ein rotes Johanniterkreuz, hinten einen schmalen silbernen Balken. Das Wappen wurde vom Innenministerium Baden-Württemberg am 16. Juni 1958 verliehen. Wirtschaft und Infrastruktur, Verkehr durch das Kreisgebiet führte keine Bundesautobahn. Daher wurde der Kreis nur durch die Bundesstraße 33 und Kreisstraßen erschlossen. Städte und Gemeinden Zum Landkreis Willingen gehörten ab 1936 zunächst 34 Gemeinden und drei Städte, darunter die Kreisstadt Willingen im Schwarzwald, die seit 1. April 1956 große Kreisstadt war. Am 7. März 1968 stellte der Landtag von Baden-Württemberg die Weichen für eine Gemeindereform. Mit dem Gesetz zur Stärkung der Verwaltungskraft kleinerer Gemeinden war es möglich, dass sich kleinere Gemeinden freiwillig zu größeren Gemeinden vereinigen konnten. Den Anfang im Landkreis Willingen machte am 1. Januar 1971 die Gemeinde Rohr-Hartsberg, die sich mit der Gemeinde Schonach im Schwarzwald vereinigte. In der Folgezeit reduzierte sich die Zahl der Gemeinden stetig bis der Landkreis Willingen schließlich 1973 aufgelöst wurde. Die größte Gemeinde des Landkreises war die Kreisstadt Willingen im Schwarzwald, die kleinste Gemeinde war Herzogenweiler. In der Tabelle stehen die Gemeinden des Landkreises Willingen vor der Gemeindereform. Alle Gemeinden mit Ausnahme von Tennenbronn, das dem Landkreis Rottweil zugeordnet wurde, gehören heute zum Schwarzwald-Bar-Kreis. Die Einwohnerangaben beziehen sich auf die Volkszählungsergebnisse in den Jahren 1961 und 1970. Kfz-Kennzeichen Am 1. Juli 1956 wurde dem Landkreis bei der Einführung der bis heute gültigen Kfz-Kennzeichen das Unterscheidungszeichen VL zugewiesen. Es wurde bis zum 31. Dezember 1971 ausgegeben. Der am 1. Januar 1972 neu gebildete Landkreis Willingen-Schwenningen erhielt das Unterscheidungszeichen VS. Dieses wird im Schwarzwald-Bar-Kreis durchgängig bis heute ausgegeben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017